Hallo Leute, herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge von DOOM. So und wie jetzt habe ich die letzte Folge aufgehört. Jetzt sehe ich irgendetwas interessantes. Was ist das überhaupt? Achso, das ist so ein Tor oder sowas. Ich habe gedacht, was ist das? Ja, genau. Und jetzt muss man da hinspringen. Und haben ja Restungen ein bisschen. Äh, wird zum Gewache. Bazooka ist nicht schlecht, aber ne, das will ich nicht. Das ist so scheiße. Juuu, der ist gefällt. Ne. Warte mal. Das ist nicht die. Die. Ah, das muss ich. Das ist wahrscheinlich Bazooka-Munit. Okay. Oh. Geil. Haben wir gefunden was? Und wohin machen wir das alles? Diese muss alle neue Kraft. Wir pumpen die auf die, das habe ich, das habe ich. Rüstung oder die Muni mehr. Na komm, gib mir Muni. Und alle Muni sind voll. So. Mehr Muni. Mehr Geilo. Okay. Das ist eine weniger Möglichkeit, dass wir unsere Muni wäre schnell. Watt. Das war es auch gut. Der Weg in die Hölle ist gepflastert mit Argent Energie. Oh ja. Danke. Ich fühle mich viel besser. Kann ich hier aufmachen? Ne. Hallo. Ich bin hoch. Hallo. Ich bin hoch. Hallo. Oh. Was ist das? Aha. Okay. Jetzt weiß ich, was ist das? Ich habe mich gefragt, was ist das? Aha. Ah. Okay. Ich hoffe, wir... Wir müssen wahrscheinlich auf dieses Ding hochgehen. Ah. Da oben sind 30. So. Wie geht das? Wie scheiße. Wechseln sie sich? Ah. Ah. Das ist glaube ich, die gleiche Stelle. Okay. Alles gut. Okay. Dann gehen wir nach oben. Wir kommen immer näher. Hallo. Oh. 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 Ja. Oh. Aha. Ich glaube jetzt gehe ich richtig. Ok gespeichert, gut, sehr gut. Äh, jo. Ah, ok. Ne, da bist du Rock glaube ich schon. Upsala, ich mag mir so beschärken. Ah ja, F. Ja schon habe ich fast vergessen, wie das war schon. Woa. Ah, so. Ok. Oh, da kann man wahrscheinlich aufhören. Ja. Ibelstark. Ah ja. Verpisch mich. Und du versuchst verrecken, genau. Oh. Woa. Ok. What? Woa, woa. Attariert. Du bist so. Gut. Also das war. Na mieser. Ja, ja, ja. Ich habe dich lieb. Ich habe dich so lieb. Ich werde dich so kuscheln. Das wollte dich umbringen. Gerne. Und mein, mein Muni ist fast leer. So. Dann machen wir ein bisschen Action mit Bum Bum. Weg da. Tot. Oh Gott. Nein. Das war gestern von mir. Fertig. So. Oh. Wir sind langsam schon da. So, jo. Ah. Ok. Aha. Ok. Ok. Ich weiß noch. Ne. Ich geh weg. Ich geh weg. Hä? Da müssen wir wieder auch nach oben gehen. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich weiß nicht, habe ich Doppelsprung. Schaffe ich das? Yay. Hab ich geschafft. Oh. Geh zu. Niedrig. Ach. Danke für die Wifo. Aber ich war ein bisschen blöd von mir. Oh. Was ist das? Äh. What? Moini! Das was mir hatte gefehlt vorher. Gibt es irgendwas hier? Für Stücke? Oh. What? Ist es kaputt oder was? Äh ne. Zu. Super. Mhm. Das war so ein Gesteck. Aber. Ich hab mir nicht so richtig viele mehr gefragt. Fragen. Ja. Bitte bringen wir mehr. Nein. Leider. Gar nichts. Was ist das? Ah. Scheiße. Wieso geht das nicht? Ok. Ich glaube noch höher kann man schon gehen. Aber wie? Da ist zu. Da ist sowas. Ne. Ne. Geil. Geil. Geil weiter. Äh. Oh. Was haben wir da? Neue Herausforderung. Äh. 10 Kids. Brock Kids. Äh. Ok. Wir suchen schon wieder den nächsten. Schon wieder den nächsten. Runzer Rune. Der Toten. So. Ja. Gut ausgerüst. Gut. Also. Kann ich schon drücken. So. Muss ich Kills machen. Äh. Wart. Warte. Warte. Achso. Ich muss die. Die. fesse die kaputt machen neustadt oh scheiße ist schon ein bisschen schwierig ja ich habe vorher geballert wie behinderte zehn kills muss ich machen scheiße was von hinten kommt einer jo ist ja wahrscheinlich so muss ich irgendwie taktik haben schnell oh das war nicht schlecht das war echt übertrieben nicht schlecht genau da nächste bitte da nächste bitte noch zwei noch zwei assistenten glaube ich genau haben wir das war irgendwie so ungefähr nicht schwer aber theoretisch muss es sehr überlegen wann soll er so einen killen wo am besten wenn wir zwei so wie ja am schlüssel 2 am ein fast es war einfach zu können gut ausgerüstet 1 ok gut jetzt muss ich nach unten jetzt muss ich nach unten ich war musste ich ganz nach oben und ganz nach oben jetzt muss ich ganz nach unten aber jetzt ist viel schneller als wir werden ich hoffe ich steppe nicht doch es gibt grenze wo kann man nicht springen jetzt habe ich bemerkt ich habe gedacht kannst du springen wieviel du willst passiert ja gar nicht leider ist nicht so super super das ist auch zu hoch diesesphere also du musst du sehr aufhören ohne scheiß Ja, sprichst du nach oben und ganz nach unten vieler bisschen, aber lieber riskierst du dich lieber nicht so viel. Oh. Wir machen so. So. Ähm. Weiß nicht. Noch dicht ist. Nein. Oh. Deck dich. Oh, scheiße. Leute. Das ist schon ein bisschen zu viel. Guten. Alter. Ich muss langsam das vorgehen. Leider. Leute. Das ist abartig. Was da. Schon nice. Aber meine ich muss jetzt irgendwie anders machen. Habe ich. Boah, bin ich gut. Jetzt kommen wir hier runter. Genau. Da runter. Dann kommen wir da runter. Tada. Nein. Boah. Ich habe noch Reister, die mich gerettet. Ich warte. Okay. Warte. Was ist passiert? Warte. Warte. Wie war ich nochmal. Tab. Genau. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Irgendwo waren wir. Hier waren wir noch nicht Ich habe zwei oder so verpasst Ach du heilige Scheiße Ach nee Ein Hieraston habe ich auch geschafft Der tut jetzt 15 Monster So lange Vierfach Schaden Aktiv ist Okay Muss ich noch einmal sowas machen Dann habe ich schon Also zwei Runden habe ich Das die zwei habe ich wahrscheinlich Nur zwei Rüstung habe ich verpasst Och nee Ich habe keinen Bock Schon wieder nach unten Zurück gehen alles Aber wahrscheinlich Ich bin gezwungen das zu machen Zwei Rüstung Und haben wir sechs Punkte Jawohl Läufen ja Also das muss ich noch abschließen Okay Das werde ich überhaupt nicht benutzen Das finde ich kacke Verringern den Nachladen bis zum nächsten Schuss Was Okay Was nehme ich gerne Die was ich habe Jetzt ist schon nice Finde ich Bazooka Ist gut Das Soll ich machen Ne Bisschen benutze ich auch nicht Aber dich benutze ich auch Ich weiß nicht Was ist die andere Das lasse ich noch Weil ich weiß es wirklich nicht Wie am Hoffe ich Kann ich noch zurück gehen Wenn nicht dann Ist echt Wie kacke Oh bewegt dich Ich will nach unten Genau Oh 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 Das sieht gut aus Ah Scheiße 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 Idioter Super Nur nochmal Muss ich wiederholen War so geil So unten war ich Fast Ne Ich wollte mehr Schauen nach unten Ob enge war es Auch kann Besser schauen Wie lange Das Ne Vielleicht Könnte Sehen Das Kurz Vor Unten Ja Verlängern Die Schaden Wenn ich Springen Nach Kurz Nach Unten Davor Ich Lande Ja Ich glaube Ist So Nein Ich habe Gedacht Wenn das Wäre Der Perfekte Timing Scheiß 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 Ich werde Was Ausprobieren Jetzt Und Scheiß Vielleicht Das Wird Klappen Viel Schneller Ich Weiß Das Ist Wahnsinn Aber Jetzt Ne Zu Schnell Viel Zu Schnell Okay Weil Wenn Je Mehr Runter Fliegen Wäre Dann Fliege Immer Schneller Noch Einmal Noch Aller Letzten Mal Versuchen Ne Geht Nicht Geht Nicht Die Doppelsprung Geht Nicht Geht Nicht Mehr Nur Ich Glaube Mit Bestimmte Höhe Höhe Kann Man Hoch Noch Mal Springen So Jetzt So Wie Jetzt Oh Das War Ein Bisschen Schon Knapp Das Nämlich So Jetzt Spring Nicht Nach Unten So Gefällig So Springen Wir Hier Und Warten Bis Der Ganz Unten Ist Bevor Wir Schon Wieder Verrecken Ich Will Nicht Noch Mal Verrecken Ich Will Ein Bisschen Weiter Seien Vorher Jetzt Seht Gut Aus Sehr Gut Aus Runter Runter Noch Runter Aber Jetzt Nimm Wir Unser Rüstung Weil Ich Hab Echt Verdammt Einig Leben Da Glaube Ich War Auch Noch Rüstung Oder Da Oben Ist Irgendwas Was Ist Ist Wie Scham Was Ist Oh Nice Unfeld Bunter Also Ich Bin Nicht Zu Schlagen Also Nicht Zu Verrecken Oh Nice Das Ist Nice So So Rüstung Ziemlich Schon Fächer Aus Jetzt Ist Frage Scheiße Nein Wo Bin Ich Gekommen Das Weiß Ich Leider Nicht Mehr Irgendwo Muss Ich Haben Dass Ich Kann Das War Letzte Folge Ich Weiß Nicht Mehr Wie Bin Ich Nach Oben Gekommen Irgendwo Muss Oder Ich Bin So Gaga So Blöd Eigentlich Würde Gehen Also Hochschwingen Aber Leider Ich War Ob Ich Zu Gehällig Kommt Schon Yeah Ja 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 Ich Ja Habe Gedockt Ich Doppel Verdammte Granate Ich Will Ganzes Sprinten Deswegen Lass Langsam Gehen Wofür Als Das Ich Glaube Ganzes Glaublich Kreise Und Ich Weiß Nicht Wirklich Nicht Wo Das Nicht Eine Juhu Da Vielleicht Augen Irgendwo Da Ist Angang Super Ey Das Ist Grau Super Genau Besser Der Ist Grün Der Ist Nicht Grau Ist Grün Der Ist Grau Okay Also Wie Soll Ich Na Weg Zurück Gehen Das Frage Ich Mich Jetzt Verarschen Noch Nach Unten Gehen Mädels Oder Da Habe Irgendwie Fehler Gemacht Gehen Gehen Ich Gehen 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 Oh Ich würde sagen, wir beenden den Pad für heute und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao!